Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Berliner mit der neuen Folge. Oh, da oben ist ja wieder einer. Mit der neuen Folge The Ice of Ara. Wir sind wieder in diesem Vorraum. Wir müssen ja noch ein paar Rätsel lösen. Ich würde gerne nochmal die anderen Räume kontrollieren. Achso, hier waren wir ja schon. Das war ja das Übliche. Gut, da wollten wir nicht hin. Ich würde jetzt gerne erstmal da hin. Die Platten haben wir ja alle schon gesetzt. Ich würde sicher jetzt nochmal gucken, ob ich nicht irgendwas verpasst habe hier. Halt, sieht nicht da noch aus. Ne. Halt. Ah, nice. Okay. Ich weiß immer noch nicht mit dem Schild. Irgendwo hatte ich das gesehen. Da haben wir nichts. Super, wir haben noch eine Kugel gefunden. Mal sehen, was da dafür... Okay. Da muss ich erstmal gucken. In dem Buch wieder. Wo war denn das Buch? Wo war das Buch? Wo war das Buch? Geh mal hier hoch. So, hier haben wir die... Ich weiß immer noch nicht, was es hier mit auf sich hat. Mit den Köpfen. Hier ist das Schild. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass das irgendwie so funktioniert. Halt hoch. Das nach oben. In die Richtung, ne? Oder? Ja, genau. Und den Mond. Nach innen. Ich bin immer noch der Meinung, dass... Oh, ne. Klappt nicht. So, lass mal überlegen. Ah, ne. Das nach unten. Das nach außen. Das nach innen. Und das nach außen. Jetzt müsste es stimmen. Ich kriege es nicht hin. Wieso geht es nicht? Also, das nach innen. Mach mal so. So, das liegt nach außen. So, das nach innen. Und das nach außen. Ist doch richtig. Oder sollte es genau hier andersrum sein? Hm. Nee. Hm. Hat da bestimmt was mit den Rittern zu tun hier. Also, das haben wir nach außen. Das ist richtig. Das Ding muss nach innen. Mehr so. Das Ding muss nach außen. Und das muss nach innen. Macht er nicht. Ich bin mal sicher, dass es hiermit irgendwas zu tun hat. Ja, ich weiß immer noch nicht. Obwohl, müssen wir vielleicht da ran. Direkt. Super. Wir haben was gefunden. Ein Geheimgang. Toll. Okay. Ein Sternbild. Toll, jetzt fehlt uns noch eine Kugel. Wir haben eine übersehen. Ganz dufte. Hm. Wir haben eine übersehen, Leute. Wir haben ja doch da. Hoppala. Hier können wir nicht weiter. Wo haben wir hier eine Kugel übersehen, Leute? Ich würde jetzt gerne mal vorher. Ach, ist das Schwachsinn, weil ich hier mache. Das wollte ich doch gar nicht. Gut, dann haben wir das schon mal gelöst hier. Ich muss noch mal runter. Ich muss mal da hinten rein. Irgendwo war doch dieses Buch, was ich gefunden hatte, mit den Skizzen. Hier war das. Jetzt gehen wir mal runter. Einmal hoch. Da war ganz oben. Genau. Jetzt gehen wir wieder runter. Und jetzt gehen wir noch mal runter. So, da sind wir wieder hier angekommen. So, hier will ich jetzt rein. Hier sind wir wieder hier. Hier haben wir das Schild weggeholt. Da ist was. Ach so, das Astronomenbuch. Gut. Oh, da oben. Da oben haben wir was. Okay. Da sind die Köpfe. Über den Türen sind die Köpfe. Müssen wir gleich mal darauf achten, Leute. Jetzt mal an jeder Tür noch mal gucken. Ah, hier auch. Ein Auge? Ne, zwei. Es ist so, als ob die Figur nur ein Auge hat. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Ich geh mal hier rein. Was übersehen wir hier? Hier waren wir ja gerade. Was übersehen wir? Was ist denn hier mit? Können wir nix machen. So, jetzt sind wir noch mal hier. Hier ist jetzt die Truhe, die wir nicht öffnen können im Moment. Und in der Küche war ja nix mehr. Da war nur das Ding. Deck ist auch nix. Wo war denn dieses Buch? Was ich hatte mit diesen... Symbolen. Mann, so ein Scheiß. Jo, so sieht's aus, Leute. Wir kommen einfach nicht weiter im Moment. Hier kommen wir auch nicht hin, weil wir müssen erst mal das Ding hier öffnen. So, wir gehen noch mal durch die grüne Tür. Zurück in die Vorhalle. Wo war das Buch? War das hier? Nee, ne? Hier war der Zettel. Hier war doch noch ein Zettel mit diesen Hieroglyphen. Jetzt werde ich mir mal ein Foto machen mit dem Handy. Vielleicht brauchen wir das später noch. Dann brauche ich hier nicht rumschreiben. Deswegen werde ich jetzt einfach mal ein Foto mit dem Handy machen. So, Foto ist gemacht. Hier waren wir ja schon aktiv. Ja, bei mir wird's aber ja richtig warm hier heute. Verstehe ich nicht. Ich hab doch hier ein Buch gehabt mit den Hieroglyphen. Das hat man gelöst. Das hat man noch nicht gelöst. Irgendwo in dem Raum hatten wir das ja eben auch nochmal. Aber ich find dieses Buch dazu nicht mehr. War das hier? Nee, hier ging's ja nur raus. Wo war denn dieses Buch? Jetzt sind wieder die Kugeln hier. Ah, guck mal hier. Okay. Okay, jetzt haben wir hier Augen angemacht. Hm. Ich geh mal hier rein. War das hier das Buch? Hm, ich glaube nicht, ne? Mann, wo war denn dieses Buch? Merkst du, habst du hier zu dir Kugeln oder drei Tage nicht gespielt? Hm, halt. Ich hab nichts unten drüber. Hm. Wo war denn dieses Buch, Leute? Ich geh nochmal hier hin. Hier war die Zeichnung. Hier war auch nichts. Irgendwo muss doch hier noch eine Kugel sein. Da oben war die Schachtel. Hier war die Zeichnung, die wir schon eben fotografiert haben. Hier ist auch nichts über der Tür. Da oben sind die Symbole. Wo war dieses Buch, wo ich die Symbole sehen konnte? Ich muss nochmal hoch. Irgendwo war das hier? Das weiß ich. Das war hier. Ach, da haben wir nochmal diese Zeichnung. Frag mich, was die zu bedeuten haben. Kasten, Viereck und Pfeil. Aber der Sache kommt mir auch noch auf die Spur. Schwere ich euch. Da ist eine Schachtel. Die können wir nicht öffnen. Oh, da unten haben wir... Ach, die sind nicht nur über den Türen, Leute. Die sind überall. Super. Und ich suche nur an den Türen. Na gut, wir gehen hier nochmal rein. Irgendwo war doch dieses Buch, Leute. Ich bin da nicht behämmert. Hier geht nichts. Da war auch nichts. Da war auch kein Buch. Oh Mann, wo war denn dieses Buch? Hier ist wieder so ein komischer Kasten. Was hat das mit den Kasten auf sich? Ich suche dieses Buch mit diesen Hieroglyphen. Ich gehe jetzt einfach mit der Maus mal rüber hier. Ist hier noch irgendwo ein Kopf versteckt, den ich hier sehe, auf Anhieb? Ich sehe hier... Keinen Kopf versteckt. Da auch nicht. So, jetzt gehen wir wieder hier raus. Wir gucken hier nochmal nach, ob hier da irgendwo ein Kopf ist. Da ist ein Foto. Sauber. 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 Hier ist auch nichts. Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Ich habe doch dieses Buch laufen letztes Mal in der Hand gehabt. Irgendwo muss doch dieses Buch sein. Da ist das. Hier sind wir gekommen. Hier haben wir das Impedin. Ist doch toll, dass ich da auch noch drauf achten muss. Ist doch hier bestimmt auch noch ein Kopf irgendwo versteckt. Könnte ich doch doch einen... einen drauf wetten. Ne, hier ist kein Kopf. Da komme ich wieder dahin. Wo habe ich dieses Buch gehabt? Ich finde dieses Buch nicht mehr, Leute. Ne, hier wollte ich doch gar nicht hin. Da haben wir den Kopf aktiviert eben. Das war der. Hier können wir nichts mehr machen. Jetzt können wir eigentlich nur noch die Treppe nach oben gehen. Ach, zeigt er mir vielleicht sogar den Weg hier. Ich gucke mir mal nach. Jetzt haben wir die nächsten Augen gemacht. Hier. Okay. Oh. Okay. Verstehe ich nicht. Irgendwie laufe ich hier im Kreis, habe ich das Gefühl. So, jetzt sind wir wieder in dem Büro. In dem Büro wartet du doch gar nicht, oder? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Hier haben wir das aufgedeckt. Hier oben ist alles klar. So, und wenn wir jetzt zurückgehen, wir müssen, glaube ich, nochmal in den Turm. Hier rein, ne? War das. Genau. Sonst kenne ich die Wege schon aus, wenn nicht. Wir kicken hier nochmal ab. Ob wir hier noch irgendwo einen Kopf finden. Hier ist kein Kopf. Hier oben an der Tür war einer. Genau. Da müssen wir nicht rein. Wir müssen hier rein. So, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Hier ist die... Ach ja, das ist das hier. Ah, wartet mal. Mir fällt gerade was auf. Vierecke und Dreiecke, habe ich vorhin gesagt. Die Zeichnung, die wir hatten, wo ich Fotos von gemacht habe. Das war einmal so rum. Das nächste war so rum. Das nächste mit vier Ecken nach oben. Das nächste nach oben. Hm. Wie fehlt mir eins? Nach oben. Nach oben. Verstehe ich nicht. Hier nach oben. Hier von links nach rechts. Cool. Ich habe den Zwischenringen hier. So, jetzt haben wir das Ding zumindest enträtselt. Wir haben hier Bilderrahmen. Mal sehen, was die machen. Keine Ahnung. Keine Bilder drin. So. Hier ist der andere Ritter. Mit dem können wir nichts mehr machen. Wo ist mein Buch? Ich überlege gerade. Das andere war nur ein... Ich gucke nur mal da rein. Nicht, dass ich die ganze Zeit in diesem Buch vorbei renne hier. Die Zeichnungen sind da drin. Nee, hier ist nichts. Wo war denn dieses Buch, Leute? Oh, hier unten ist was. Eine Kiste mit Münzen. 16 von 30 Münzen haben wir. Ja. Proben war ja nichts. Wo übersehe ich dieses Buch? Jetzt gucken wir mal nach. Sind die da für? Wahrscheinlich nicht. Oh, okay. Gitarre. Wir fangen mit der Gitarre an. Achso. Okay. Muss ich das ändern? Oder... Nee, sieht nicht so gut aus. Also normal. So, Kerz geht nicht. Hier war andersrum. Fahrrad? Auch nicht. Schwert? Oh. Oh. Cool. Und nun? Ah. Ach man. Hier haben wir das nächste Ding davon. Komm mit dem an. Ich reiche hier doch sogar. Cool. Geht auch nicht. Oh, ist das nervig. Ist das nervig. Ringschirm? Auch nicht. Segelschiff, ne? Ja. Auch nicht. Sind wir gleich rum, ne? Baum? Auch ne? Oh, nein. Schlüssel. Das wäre natürlich passend. Ne, ist er auch nicht. Der Falle mehr kann doch nie mehr sein, oder? Wir sind doch gleich durch, oder? Hinten wir doch immer noch hier. Okay. Ich glaube, ich mache hier einen Fehler. Schwert. Schwert. Da waren wir am Anfang, glaube ich, ne? Fahrrad. Hm. So, wir führen denn die Kabel hin. Die führen hier rüber. Okay, zu dem. Hier haben wir das Schwert. Dann führen sie hier rüber. Zur Küche. Äh, zum Essensraum. Hm. Damit hat nichts zu tun. Hat's nichts zu tun. Hier haben wir das auch nicht. Na gut. Ja, ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Es wird Zeit, das wird die Folge so langen. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, der Berliner zockt. The Eyes of Ava. Ja, helft mir. Und falls ihr ein paar Tipps habt wegen den Rätseln, könnt ihr mich gerne anschreiben. Und ja, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Bis dann. Schön mit Ö. Euer Berliner. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.